hallo und herzlich willkommen zum großen preis von malaysia zum qualifying und dave laber mir nicht rein wir versuchen jetzt hier die ganze zeit aufzuhören und du laberst mir einfach rein geht gar nicht was das stimmt nicht ich bin ganz nett und ich bin ganz netter schüler ja höflicher ja 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 drei tage kein form eines mehr das geht nicht gut drei tage nicht warst du warst am wochenende gar nicht da also bitte ich bin überhaupt nicht so habe ich ein setup ich hab das ganze zeit ab wo dies kacken harten reifen hier erst mal über erst mal erst mal über speichern durchaus rausgegangen wie raus rausfahren oder was ja einfach zu oft untergefallen ja sehr gut aber ich bin jetzt bettel meine ferrari ich habe sogar theoretisches fettelauto sicher so passt mensch du noch nicht so ganz ich mach einfach mal erst fettel drauf mit aber die dateien hier kann man leider nicht mit welcher teilen kann sich mit paint öffnen ja welche dateien hat sich mit paint öffnen sieht man im spiel geht bloß bei er fackert ich glaub zumindest nicht dass es hier geht ok und ich bin zu dumm nicht na wohl egal hab kein photoshop nimm halt gimp ja habe ich sogar die dateien für drinnen ja die müssen sogar funktionieren eigentlich haben wir gar nicht probiert ja in der ersten saison wie war der rn entstand hier äh ich vor dir glaub ich ja das weiß ich noch aber ich weiß nicht mehr weil es äh keine ahnung ich glaube ich war sogar relativ weit weg von dir dann ich meine ich dass wir da mega fetten fight hatten ja ja aber dann am schluss war ich glaube ich so 2,4,4 ja und reifen dann weg von rein reifen dann durch waren du bist ja dann am ende zu London so zurückgefallen so langsam ich habe die ersten fünf Rennen gewonnen das würde ich gerne wiederholen aber ich glaube dass du dann nicht nochmal funktionierst ja außer es regnet wieder ja dann kommst du bestimmt in die box doch mal rein ja ja ganz aus der sehne ja dann reifen wir auf euch auch durch ich glaube ich würde sogar wieder 2 stop machen ich bin doch gar nicht irgendwie drin ey kann doch nicht fahren ja weiß ich auch nicht so wirklich bad ich muss ja mal einen neuen still gewöhnen ja komm wie einer von mir raus okay so bei mir sieht alles gut aus ja oder auch mich danke croissant croissant ja jetzt fremst du vollgas ab ja wir haben mich verraschen boah ich komme auf meinen stuhl noch nicht klar also jetzt sitzt im auto ein bisschen ja genau der wurde extra eingebauten Bürostuhl hehehe genau zum Bürostuhl boah schön blick eh fettl blockier nicht dein nächstjähriges auto ja ganz viel blüschwolle boah boah Bottas halt ihn auf halt ihn auf ja hat er mich auch mega verwahren und kollision verschuldet ja genau ich sag das zu gar nichts so da war croissant ich will nicht mit dem Sponsor Weicheier vorne vom Auto lesen editier halt den Skin aber geht nicht natürlich geht halt mit dem Sponsor Weichei ja Ferrari ich will auch dass das Weichei ist was einer nicht gelb wow wow hast dich wieder gedreht ne da ist einer in der Linkskurve gerade raus geflogen boah ich bin nicht mehr schneller als Sam Hilton ich bin hier auch nicht naja ich war erstmal 19 langsamer ja alter Croissant hat mich übelst viel Zeit gekostet mich hat fettl mega Zeit gekostet und Bottas ich bin hier grad hart am konzentraten in der Tat Ferrari verleitet mich irgendwie immer dazu viel zu spät zu bremsen wieso das denn? weiß nicht ich hab immer noch das Gefühl die Bremse zu voll streißen von der Ferrari ich find die eigentlich voll gut naja sagst du es nur damit ich mich nicht so irritieren lasse hä ich hab den Mittelsektor voll verkackt das ist für mich was ich bin nicht so das ist für mich ich bin nicht so ich bin nicht so Ich komm grad überhaupt nicht hinterher. Naja, jetzt zuttern wir das so nach einmal, ja, zwei Sekunden schneller. Ja, ohne Spaß. Erster Sektor fahr ich Bestzeichen, danach werd ich immer schlechter. Wenn der Ferrari jetzt zu scheiße an, der Hunde hört sich geil an. Oh, scheiße, Koray verkackt. Ja, und schön abkürzen, wir kommen jetzt in die Box. Ja, ja, wir können abkürzen, wir sind immer hier. Ja, doppel rechts. Ich bin jetzt in die Box. Sagst du mir jetzt. Ich bin vierter. Ach, mein Auto fährt schief. Aufhängung gebrochen. Ja, irgendwie schon. Oh, scheiße. Oh. 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 Du auch? Du bist nicht orientiert, ja. Und du fährst einfach so schief und gruselst. Okay, passt toll. Okay. Das passt gar nicht. Ja. Niemals an einem anderen Ferrari orientieren. Mag ich mir. An sich nicht an den anderen Autos orientieren. Ich war doch nicht durch. Doch. Du hast meine Mechaniker umgebracht. Yeah. Ja. Das geht's doch nicht. Na ja. Jetzt fahren wir Vollgas. Ich weiß, was das ist. Ich brauche jetzt erstmal neue Reifen. Ich bin auf Platz vier. Ich habe vergessen, die Postleimbestum zu stellen. Ja, egal. Und dann haben wir noch sechs Minuten. Ja, da gehen noch zwei, drei Runs. Nein, nicht auf die Strecke! Hast du Reifen vergessen zu wechseln? Ja. Oh, Mann, oh. Meine Reifen ist komischerweise auf einmal sauber. Boah, da kann ich direkt wieder reinfahren. Dauber geplant, ey. Boah, jetzt kommen die Standbilder zurück. Oh, oh, oh. Weißt du schon? Ich fahr schon. Boah. Na ja, bin auch nicht auf die schnellen Runde, aber... Outlab halt. Die Mercedes sind übel schnell. Die sind auch übel schnell. Ich finde das Geräusch, wenn der Ferrari ist komisch hängen, greifen die Reza weg, dann ist er voll scheiße. Oh, ja. Also wenn Reifen durfte, dann ist es zu Beginn, oder? Und hast du wieder vorher die ganze Zeit den Poller mitzunehmen. Jetzt geht das schon wieder los. Na ja, klar. Das wird nie enden. Yeah. 5 Minuten. Er steht aber schon wieder. Kann ich mir gut vorstellen. Eigenfosten, die sind so schnell. Unglaublich. Ich muss noch mal in die Box. Ja, ich glaube, die Reifen durfte. Damit kannst du früher pushen, ja? Oh, bitte sauber. Fahr jetzt entweder schnell halbwegs, oder lass mich durch, aber... Jaaa, gut. Oh, Reifen wechseln. Nicht vergessen. Nein, ich habe eine Linie zwar draußen gewählt. Oh, mein Gott. Oh, ich muss dich beeilen. Ich weiß. Oh, wieder Premium auf dem Körper angebremst, die Rechtskurve. Ganz auf dem Körper angebremst. Oh, ne. Oh, nein. Nein, 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 nein. Sind da nur 8 Millionen Autos vor mir? Ich glaube, 3 Minuten. Oh, oh, oh. Ah, scheiße. Die Probe ist schlecht. Aber erstmal Bestzeit fahren. Oh. 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 Ja, ein Versuch habe ich noch. Jetzt habe ich erst mal frei hinter mir. Ja, es ist halt kein DAS mehr, komm, fang. Und wieso kein DAS? Boah, jetzt fällt das aus, ey. Was ist das denn jetzt? Gut für mich. Das wird mich jetzt doch gar nicht ein Pole oder so kosten, wie eventuell, ja genau. Ich würde sagen, was heißt denn hier die Pole? Ja, natürlich möchte ich heute schneller gewesen sein. Wölfeigen war ich an sich immer ein bisschen besser. Eine Minute. Schlatter, im Moment hilfst du auf der Pole. Boah, übersteuern. Oh, das war richtig schlecht. Boah, das ist ja, das ist ja. Boah. Boah. Boah, das war knapp. Ja, mach wohl nichts ohne DAS. Ach scheiße, hab ich den Pole mitgenommen. Gut, dann kann ich das jetzt noch aufgeben. Das war ungefähr. Meinst du, der DAS hätte drei Zehntler rausgeholt? Locker. Ah, okay. Wir haben zwei lange Geraden. Ja, okay. Lass mal zum Rängen gehen. Jawohl, könnte knapp gewesen sein. Aber wir sind auf jeden Fall näher dran. Ja. Flursen. Halb acht. Na, geht klar. Doch, schon müsste ich den Pole raus, naja. So, jetzt muss ich verteidigen. Und wie. Ne, ne. Doch, doch. Doch, doch. Doch, doch.